Barker-Top-Talent Natali wechselt nach Leverkusen. Der dritte Bayer-Sommer-Neuzugang ist da. Die EM läuft noch, aber Leverkusen holt sich allerdings jetzt einen amtierenden Europameisterschaftssieger. Andrea Natali, 16, wechselt von dem FC Barcelona unter das Kreuz. Anbahnung Juni gewann der Italiener mit seiner Nationalmannschaft jene U-17-EM, agierte wie Abwehrchef und gesetzter Stammspieler in der Innenverteidigung. Gegenwart wechselt der kühlgebakene Junioren-Europameisterschaftssieger zu einem deutschen Meister. Von der freilich bekanntesten Fußballakademie der Welt, La Masia, dasjenige NLZ des FC Barcelona. Barker erhält für Natali Aufwandsentschädigung in Ältetut von 100.000 Euro. In der laufenden Saison lief Natali in 21 Spielen für Barker U-18 auf. Dreimal durfte der 2008 geborene Abwehrspieler auch in der U-19 ran, nebenher von drei Jahre älteren Mitspielern. Bei Bayer erhält der gebürtige Mailänder einen Abkommen so lange bis Sommer 2027 und darf sich einheitlich-artig-farmig zusammen mit den Profis beweisen. Während der Vorbereitung, Trainingsanfang an dem 14. Juli kann sich Natali in dem Lizenzweiterbildung zeigen. Bei Barcelona hatte er sie Anlass noch nicht. Geschäftsführer Leibesübungen Simon Rolfes, 42, sagt weiterführend den Neuzugang, Andrea Natali war in diesem Sommer wie italienischer U-17-Europameisterschaftssieger ein hochinteressanter und deutlich umwarbener Spieler. Wir sind in der Folge sehr froh, dass er sich für Bayer 04 rigoros hat. Auf Aussicht bringt er alle Voraussetzungen mit, aufgrund dessen ein wesentlicher Eigenschaft für unsere Werkself der Zukunft zu werden. Die Stärken des Neuzugangs, während der U-17-EM spielte der Rechtsfuß sowohl in der rechten wie selbst linken Innenverteidigung. Zeigte am Werk gutes und vorausschauendes Zweikampfverhalten. Auch an dem Ball ist Natali deutlich. Zwar schaltet er sich allerdings exotisch in jene Offensive ein, spielt in dem Gerüst aber immer wie gehabt einmal heult kerendum mutige Pässe. Der Name Natali dürfte Italien-Fußball-Liebhabern weit verbreitet vorkommen. Denn Andreas' Vater Cesare Natali, 45, war Dito-Fußball-Profi, kam zwischen anderem für Bergamo oder jene Fiorentina auf 312 Erstliga-Einsätze in Italien.